Musik Augendiagnose, was erzählen unsere Augen? Wenn du die ersten Falten, Krähen, Füße bereits im jungen Alter bemerkst, kann dies auf eine Leberbeschwerde zurückzuführen sein. Der Gesundheitszustand kann nicht nur über unsere Füße und Hände oder am Gesicht erkannt werden, auch eine Augendiagnose verrät viel über das richtige Funktionieren unserer Organe. Die Augen stehen in engem Zusammenhang mit unserer Leber, aber auch mit anderen Teilen des Körpers. Im Folgenden werden wir Ihnen die Bedeutung von einigen Veränderungen, Farben und Anzeichen der Augen erklären. Sie erfahren nachfolgend auch mehr über Augenringe, Wimpern und Fältchen. Wenn die Augen ihren natürlichen Glanz verlieren, diese Tatsache zeigt uns, dass unsere Leber und unsere Nieren verstopft sind und dass das Blut nicht korrekt fließt. Zu viel Giftstoffe im Körper erschweren die Durchblutung und den Sauerstofftransport zu den Organen. Folglich werden die Zellen auch nicht mit genügend Nährstoffen versorgt, außerdem braucht das Blut mehr Energie, um in obere Körperteile zu gelangen. Z. In den Kopf oder zu den Augen. Die Augen leiden als erstes unter diesem Ungleichgewicht. Gelbliche Augenringe In vielen Fällen wachen wir morgens mit Augenringen auf. Je nach Farbe haben sie eine unterschiedliche Bedeutung. Wir sollten diesen Veränderungen Beachtung schenken, vor allem wenn die Augenringe meist gelblich sind. Die gelbe Farbe zeigt uns immer, dass etwas mit unserer Leber oder unserer Blase nicht stimmt. In diesem Fall sind diese Organe überlastet. Dunkle oder schwarze Augenringe Wenn die Augenringe dunkel oder sogar schwarz sind, bedeutet das, dass Nieren-, Blase- und Fortpflanzungsorgane nicht richtig arbeiten. Oft ist daran ein Verdauungsproblem schuld. Bleiche oder graue Augenringe Ein bleicher oder grauer Ton der Augenringe kann auch mit den Nieren in Verbindung gebracht werden und in einigen Fällen auch mit den Lungen. Auch hier funktionieren diese Organe nicht korrekt, da die Nieren keine korrekte Entwässerung ausführen. In anderen Fällen kann diese Farbe auch auf ein Problem des Hormonsystems zurückgeführt werden. Tränensäcke unter den Augen Tränensäcke unter den Augen vermitteln einen eher traurigen, erschöpften Eindruck. Deshalb lassen sich diese manche Personen operativ entfernen. Tränensäcke zeigen uns, dass unsere Verdauungsorgane oder Ausscheidungsorgane verstopft sind. Auf diese Weise kann der Körper die Giftstoffe nicht korrekt loswerden. Manchmal können wir Tränensäcke am Morgen beobachten, wenn wir am Abend zuvor zu viel oder zu spät gegessen haben. Manchmal verschwinden sie nach einigen Stunden wieder. Die Tränensäcke helfen unserem Körper, sich zu reinigen. Wenn sie chronisch auftreten und wenn sie statt Wasser mit Fett eingelagert sind, kann das Problem ernsthafter sein. Sie sollten sich auf jeden Fall durchchecken lassen, damit der Arzt feststellen kann, ob ein Organ entzündet ist oder ob Zysten vorhanden sind. Weißer Schatten in den Pupillen Wenn sich ein weißer Schatten auf der Pupille befindet, also im schwarzen Kreis in der Mitte der Linse, dann kann dies auf Schleim und Partikel hinweisen, die nicht richtig ausgeschieden oder zersetzt wurden. Dieses Anzeichen ist sehr wichtig, denn es hilft uns, Vorsorge gegen Erkältungen zu leisten, die durch eine falsche Leber- oder Verdauungsfunktion entstehen. Bei einigen Tieren können wir diesen weißen Fleck auch feststellen, er hat die gleiche Bedeutung. Gerötete Sklera Die Sklera ist die weiße Lederhaut des Auges. Viele Personen können bei sich beobachten, dass in der Sklera einige Ederchen gerötet sind. Dies ist ein Hinweis auf Atemwegs- und Kreislaufprobleme, diese Anzeichen können plötzlich auftauchen und wieder verschwinden, oder auch über einen längeren Zeitraum vorhanden sein. Gelbe Flecken auf der Sklera können auch gelbe Flecken auf der Sklera auftauchen. Wie bereits erwähnt, zeigt uns die gelbe Farbe, dass die Leber und die Blase nicht richtig funktionieren, da sich wahrscheinliche Steine eingelagert haben. Vergrößerte Pupillen Die Pupillen passen ihre Größe dem Licht an, dem unsere Augen ausgesetzt sind. Wenn wir allerdings beobachten, dass unsere Pupillen größer als normal sind, unabhängig vom Licht ist dies oftmals auf Stress oder auf Parasiten im Darm zurückzuführen. Bei einem Parasitenbefall kommt es meist auch zu Symptomen wie Juckreiz an der Nasenspitze, Verdauungsproblemen, verändertem Appetit und Angststörungen etc. Krähenfüße Krähenfüße oder Fältchen tauchen an der Außenseite der Augen auf und zeigen uns, dass sich die Leber nicht im Gleichgewicht befindet. Wenn diese Krähenfüße schon im jungen Alter auftreten, ist es angebraucht, die Leber besonders zu pflegen. Bilder von Mieke Lehmann und Per Jensen Krähenfüße